Kapitel 30 Osho spricht am 28. November 1984 in Lao Tzu Grove, Rheinisch-Puram, Oregon, USA Die einzige goldene Regel ist, es gibt keine goldenen Regeln. Frage In den Nachfragen hast du eine deiner Maximen vergessen, mit einzubeziehen. Das Maxim lautet, lebe gefährlich. Würdest du darüber sprechen? Das Leben selbst ist für mich so intensiv, dass ich sicher immer wieder die richtigen, wahren Maxime des Lebens vergesse. Die richtigen Regeln des Lebens Es mag vielleicht widersprüchlich erscheinen, aber das ist es nicht. Die Leute, die sich an die Maxime des Lebens erinnern, vergessen das Leben völlig. Ja, ich habe nicht nur das vergessen, aber noch etwas mehr. Es erinnert mich an die Regel, die ich am meisten geliebt habe. Die goldene Regel des Lebens lautet, dass es keine goldenen Regeln gibt. Es kann sie nicht geben. Das Leben ist so weit, so immens, so merkwürdig, mysteriös. Man kann es nicht auf eine Regel oder ein Maxim reduzieren. Alle Maxime fallen zu kurz aus oder zu klein. Sie können nicht das Leben und die lebenden Energien beinhalten. Daher ist diese goldene Regel bedeutungsvoll. Dass es keine goldenen Regeln gibt. Ein authentischer Mensch lebt nicht nach Regeln, Maximen, Geboten, Befehlen. So lebt ein Pseudomensch. Der authentische Mensch lebt einfach. Ja, frage den authentischen Menschen. Er mag dir vielleicht gewisse Regeln erzählen, aber es sind nicht die Regeln, denen er selbst gefolgt ist. Er hat sie einfach auf dem Weg des Lebens gefunden. So wie man Muscheln am Strand findet und aufsammelt. Er ging nicht dorthin, um Muscheln zu sammeln. Er ging, um den schönen Morgen zu genießen. Die frische Luft. Die Sonne. Das Meer. Der Sand. Und nur einfach auf dem Weg fand er diese Muscheln. All diese Regeln werden von Leuten gesammelt, welche nicht selbst nach ihnen gelebt haben. Weil die Leute, die nach diesen Regeln gelebt haben, haben schon lange zuvor Selbstmord begangen. Jeder, der nach einer Regel lebt, zerstört sich selbst. Vergiftet sich selbst. Weil die Regel wurde von jemandem gefunden, der nicht du bist. Irgendwo, wo du nie sein wirst. Zu einer Zeit. In einem Raum. Welcher nicht deine Zeit und nicht dein Raum ist. Es ist gefährlich, dieser Regel zu folgen. Du wirst das Leben von seinem Zentrum ablenken. Seiner Erdung. Die Erdung des Lebens wird gestört. Du wirst dich selbst entstellen. Der Versuch, dich selbst zu formen, wird dich nur entstellen. Dich verformen. All diese Regeln, über die ich in den letzten zwei, drei Tagen gesprochen habe, ihr dürft nie vergessen, vor all diesen Regeln kommt die goldene Regel. Aber ich habe es einfach vergessen. Ich war so damit beschäftigt, mit Moses zu wrestlen. Und dieser arme Moses, er hat mir nie etwas getan. Auch wollte ich ihm nie etwas antun. Aber das Wort der Gebote, das hat in mir etwas ausgelöst, getriggert. Es erinnert mich daran, zu einer Zeit, als ich gerade mein Studium beendet hatte. In Indien war es Gesetz, dass jeder Student an einem zwei Jahre langen Armeetraining teilnehmen musste. Ich ging zum Direktor und sagte, ich weigere mich einfach. Ich werde nicht an irgendeinem Armeetraining teilnehmen. Die Idee ist ekelhaft, dass mir jemand sagt, links um und ich muss mich nach links drehen. Wer ist er? Und überhaupt, warum sollte ich mich jetzt erst mal nach links drehen? Vielleicht möchte ich mich nach rechts drehen. Oder ich möchte mich gar nicht drehen. Das wird Schwierigkeiten geben. Es ist wohl besser, du findest einen Weg, mich aus der ganzen Nummer rauszuhalten. Er sagte, ich kann dich verstehen. Und ich kann deine Schwierigkeit sehen. Du hast nie irgendwelche Regeln befolgt. Ich hatte immer wieder Berichte gegen dich, negative Berichte und Berichte. Aber ich habe dich nie zu mir rufen lassen, weil ich weiß, du wirst diese Regeln nicht befolgen. Aber was auch immer du tust, muss besser sein als die Regel selbst. Ich kenne dich und ich beobachte dich. Er sagte, als Beispiel, viele Professoren haben mir berichtet, erzählt er mir, dass du in ihrem Unterricht schläfst. Jetzt, das ist nicht gut. Das ist nicht richtig. Und wenn sie dich dann aufwecken, dann erzeugst du plötzlich so einen Aufruhr darum. Dass niemand das Recht hat, dich aufzuwecken. Und was tust du Schlimmes? Du schläfst einfach. Ich hatte meinen Professoren gesagt, es stört deine Lesung nicht, dein Unterricht nicht. Und wie auch immer, wer interessiert sich für deinen Unterricht? Was auch immer du sagst, ist alles Unsinn. Es ist besser, nicht hinzuhören. Und das ist meine Zeit. Von zwölf bis zwei habe ich immer geschlafen. Seit meiner Kindheit an. In der Schule, in der Grundschule, der Hochschule. Ich habe immer geschlafen. Es war immer eine anerkannte Tatsache, dass ich zwischen zwölf und zwei schlafen würde. Und die Leute hatten es mit der Zeit akzeptiert. Weil in dieser Zeit würde ich nichts anderes tun. Du kannst mich aus dem Zimmer rauswerfen. Dann werde ich dort schlafen. Ich wurde oft aus der Klasse rausgeworfen. Ich habe draußen geschlafen. Es spielt keine Rolle. Aber das ist meine Schlafenszeit. Der Direktor sagte, ich habe deinen Professoren gesagt, sorgt euch nicht um ihn. Ihr könnt euch seine Noten vom letzten Jahr anschauen. Wie viel hat er bekommen? 98 Prozent. Was denkt ihr, könnte er noch mehr rausholen, wenn er wach wäre? Ich sagte dem Direktor, hier liegst du falsch. Wenn ich wach gewesen wäre, dann wären 98 Prozent unmöglich gewesen. Allein 18 Prozent dann zu bekommen, wäre schwierig gewesen. Weil dieser Mann warf so viel Müll in die Köpfe dieser Leute, in ihren Verstand. Ich bin ihn irgendwie immer umgegangen. Und die zwei Prozent, die fehlen, es scheint, dass selbst in meinem Schlaf muss er mal irgendetwas gerufen haben und in meinen Kopf gedrungen sein. Ansonsten, warum nicht 100 Prozent? Diese zwei Prozent müssen sein Werk sein. Und ich gehe direkt zu ihm und frage ihn nach diesen zwei Prozent. Was ist mit den zwei Prozent? Er sagte, uns wurde berichtet, dass du den Regeln nicht folgst und du bist der Präfekt des ganzen Hostels. Du solltest 1000 Schüler unter dir kontrollieren können und sicherstellen, dass sie diese Regeln befolgen. Aber du befolgst sie selbst nicht. Wie willst du so mit 1000 Studenten unter dir klarkommen? Ich sagte, wen kümmert das? Und sie sind glücklich mit mir. Sie waren noch nie mit einem anderen Präfekten so glücklich. Weil ich mische mich nie ein. Tatsächlich kenne ich noch nicht einmal alle ihre Gesichter. Ich kenne ihren Namen nicht. Ich habe nie ihre Anwesenheit geprüft. Jeden Monat markiere ich sie als anwesend. Und ich schicke das Registrierungsblatt ins Büro. Ich habe ihnen gesagt, wenn ihr nicht da sein könnt, wenn ihr abwesend seid, informiert mich, ansonsten gibt es kein Problem. Wenn ihr mich nicht informiert, dann gehe ich davon aus, ihr seid anwesend. Er sagte, du stehst um 3 Uhr in der Nacht auf und einige deiner Schüler? Ja, ich hatte dort bereits Schüler. Ich hatte immer Schüler. Auch sie stehen um 3 Uhr auf. Und du machst damit den anderen so viel Ärger. Ich sagte, diese Leute sind Trottel. weil die Universität, an der ich war und das Hostel, es lag an einem so schönen Ort, dass 3 Uhr nachts die richtige Zeit war. Es lag genau auf einer Bergspitze. Und darunter lag ein weiter See. Es war dort so friedlich und still und ruhig, dass der Schlaf war nicht wichtig. Man durfte es nicht verpassen. Es ist absolut perfekt, dass man in der Schule die Lesungen verschläft. Weil diese Idioten erzählen einfach Dinge, von denen sie keine Ahnung haben. Irgendein anderer Idiot hat es ihnen erzählt. Und jetzt transferieren sie es weiter. Aber ich habe gesehen, dass der See jeden Morgen neu ist und frisch. Er ist nicht derselbe See. Jeden Morgen und ich bin einfach erstaunt und überrascht. Selbst heute fällt es mir schwer, das zu glauben an diesem Ort, der Universität von Sagar. Ich war überall in Indien, aber ich habe noch nie solche Farben im Himmel gesehen, wie an diesem besonderen See. So viele Farben. So viele Farben im Himmel und der See reflektiert alles. Du hättest dort einfach nur sitzen können und Meditation wäre geschehen. Du hättest überhaupt nichts tun müssen. So sagte ich, natürlich stehe ich um drei Uhr auf. Der See weckt mich, die Vögel beginnen dort um drei Uhr zu singen und diese wenigen Leute, die mit mir gehen, sie setzen sich dort unter einen Baum, die letzten Sterne verschwinden und langsam kommt der Morgen näher, der Sonnenaufgang und es öffnen sich die ersten Blumen. Der See ist voller Lotusblüten und wenn die Sonne am Horizont aufsteigt, dann öffnet sich der Lotus. Sie schließen sich, wenn die Sonne untergeht. Die ganze Nacht über bleiben sie im Schlaf. Wenn die Sonne aufgeht, die ersten strahlen und die Lotusblüten beginnen sich zu öffnen. Und es ist die schönste Blume, die ihr euch vorstellen könnt. Die größte Blume mit dem meisten Duft und dem meisten Leben und treibt auf dem Wasser. aber sie hat solch eine Seidenhaut, dass das Wasser sie nicht berühren kann. Selbst Tautropfen, die auf die Lotusblätter fallen oder die Lotusblüten, sie bleiben dort rund wie Perlen. Das Wasser kann sie nicht berühren. Die Tautropfen können sich nicht verteilen und das Blatt nass machen. Sie bleiben einfach wie rund geformte Perlen darauf liegen. Und wenn die Sonne dann aufsteigt und etwas höher kommt, dann beginnen die Sonnenstrahlen auf all diesen Lotusblüten und ihren Blättern und diesen Millionen von Tautropfen zu reflektieren. Manchmal erzeugt es auf dem See ein Regenbogen. Ich sagte dem Direktor, die wo mit mir gegangen sind, ich habe sie einmal eingeladen, aber ich habe sie nie zweimal gefragt. Und die Leute, die bei dir Bericht erstattet haben, sie wissen überhaupt nichts von Schönheit, über die Existenz. Ich sagte ihm, ich weiß, wer dir Bericht erstattet hat. Ich denke nicht, dass irgendein Student gegen mich sprechen würde. Es ist der Proktor, der Sachwalter, der Professor im Hostel, der das Sagen hat. Er macht sich große Sorgen, weil ich höre nicht auf ihn. Ich hatte ihm gesagt, du bist der Professor, der über die Studenten das Sagen hat, aber nicht über den Präfekten. Ich zeigte ihm das Regelbuch, in dem es geschrieben stand. Gewiss wurde dort nirgends erwähnt, dass er über einen Präfekten Autorität hat. Sicher war er es, weil der Präfekt war auch ein Student, aber es wurde darin nicht erwähnt. So sagte ich, es wird nirgends erwähnt. Du kannst dich um die Studenten kümmern, wenn du willst. Ich werde mich auf meine Art darum kümmern. Ich kümmere mich darum, indem ich mich nicht einmische. Und meine Studenten sind immens glücklich, dass sie zum ersten Mal nicht von einer Autorität gezwungen werden, etwas zu tun oder nicht zu tun. Geh um neun Uhr ins Bett, um neun Uhr sollten alle Lichter ab sein. Aber mein eigenes Licht habe ich nie abgemacht. Der Sachwalter, der Proktor kam, am ersten Tag, um mir zu sagen, dass das nicht richtig sei. Ich sagte, du lass mich in Ruhe, stör mich nicht. Ich werde so lange lesen, wie ich wünsche. Manchmal die ganze Nacht, weil der ganze Tag ist ja zum Schlafen da und mich kann niemand kontrollieren. Und ich hatte immer das Regelbuch bei mir, das er mir als Präfekt gegeben hatte. Und ich sagte, schaut hinein, nirgendwo wird erwähnt, dass ihr irgendeine Autorität über meinen Schlaf habt oder wann ihr mich weckt. Ich werde zu meiner Zeit aufwachen. Ich werde zu meiner Zeit schlafen. Und die Studenten machen das nach ihrem Ermessen. Was auch immer sie tun wollen. Der Direktor sagte, all diese Beschwerden kamen zu mir, aber ich kenne dich. Regeln sind tot. All die Präfekte, die dir vorangegangen sind, waren tot. Deswegen kümmern mich die Beschwerden um dich nicht. Ich habe dich nie zu mir gerufen. Aber langsam gibt es Ärger. das ist eine Angelegenheit der Regierung. Heute möchte die Regierung, dass jeder Student in der Armee ausgebildet wird. Ansonsten wird er nicht das Abschlusszeugnis, das Abschlusszertifikat bekommen. Ich sagte, es gibt kein Problem. Ich brauche kein Abschlusszeugnis, kein Abschlusszertifikat. Ich kann dir das schriftlich geben. Es ist kein Problem. Was werde ich sonst mit diesem Abschlusszeugnis tun? Aber ich werde mich nicht von idiotischen Menschen zwingen lassen. Und in der Armee besteht die ganze Vorgehensweise darin, deine Intelligenz zu zerstören. Weil wenn du intelligent bist, dann kannst du kein guter Soldat sein. Um ein guter Soldat zu sein, dann musst du dich entscheiden. Du musst die Intelligenz fallen lassen. Wie kannst du sonst jemanden töten, der dir nichts getan hat, der dir nicht einmal vorgestellt wurde? Du tötest jemanden und du weißt nicht, hatte vielleicht eine alte Mutter oder einen alten Vater wo von ihm abhängig ist? Oder eine Ehefrau und Kinder, welche dann Waisenkinder und Bettler werden? Und du tötest diesen Menschen ohne einen Grund? Einfach nur, weil man dir Geld dafür bezahlt zu töten? und er bekommt vielleicht auch Geld zum töten? Ihr seid beides bezahlte Killer, ihr seid beides bezahlte Mörder. Ich werde kein bezahlter Mörder werden, sagte ich. Und allein diese Situation zu erschaffen, dass du leicht töten kannst. Zuallererst muss man deine Intelligenz völlig zerstören. das ist die Ausbildung. Das nennen sie Ausbildung in der Armee. Rechts um, links um, umdrehen, vorwärts marschieren, rückwärts marschieren, drei Stunden jeden Tag. Die Person funktioniert einfach wie ein Roboter. Er sollte nicht fragen, warum soll ich mich nach links drehen, aus welchem Grund? Und wenn ich mich dann eh wieder zurück in dieselbe Position drehe, was macht das für einen Sinn? Dann bleibe ich doch lieber gleich stehen. Früher oder später kommen wir eh alle wieder in die Ausgangsstellung. Nein, du sollst nicht fragen. Alle diese Prozeduren wurden erschaffen, um das Fragen, das Zweifeln, das Nachhaken zu zerstören. Und dies würde deiner Intelligenz Schärfe verleihen. Wenn du jahrelang nie friegst und einfach nur folgst, was auch immer man dir sagt, du musst folgen, dann wird deine Intelligenz rostig. Eines Tages kommt der Befehl Schieß und und du schießt. Es ist nicht so, dass du schießt. Die Intelligenz, die du benutzt hast, die gibt es nicht länger, um nachzudenken. Es ist fast dasselbe wie links um. So sagte ich zum Direktor, ich mache da nicht mit. Haltet mich daraus. Wenn es irgendein Problem gibt, dann musst du für mich kämpfen. Und ich bin bereit mit jedem zu kämpfen. Mit der ganzen Staatsregierung. Ich bin bereit um vor dem Staatsparlament für meine Rechte zu kämpfen. Dass ich nicht zerstört werden kann. Ich werde nicht erlauben, dass irgendjemand auf diese Art meine Intelligenz berührt. Und wenn es die Bundesregierung ist, ich bin bereit dorthin zu gehen. Aber vergiss nicht, ich mache da nicht mit. Und ich werde nicht nach einem Zeugnis fragen. Er sagte, mach dir keine Sorgen. Er sagte, wenn wir dich vor die Staatsregierung oder die Bundesregierung bringen, dann werden wir noch viel mehr Ärger erzeugen. Sei einfach ruhig und bleib einfach ruhig. Sage niemandem irgendetwas. Ich kümmere mich darum. Ich bin verantwortlich. Also wenn irgendein Problem auftaucht, dann ich kümmere mich darum, ich bin verantwortlich. Ich sagte, das ist deine Angelegenheit, dein Business. Und ich ging nie zu ihm und bat um meine Abschlusszertifikate, die Abschlusszeugnisse. Er kam zum Hostel. Ich ging nie zu dieser Versammlung, weil das war die Abmachung. Nach der Versammlung schaute er sich um, er hatte die Zeugnisse ausgegeben und der Mann, der die Universität topte und die Goldmedaille gewonnen hatte, war nicht da. Jeder fragte, warum ich ich weiß, warum er nicht da ist, nur wegen einer Abmachung. Ich muss zu seinem Hostel gehen und ihm diese Goldmedaille überbringen, sein Zertifikat und mich entschuldigen. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass er vielleicht die Goldmedaille bekommt und dass es Ärger geben würde, dass es jedem bekannt wird, warum er nicht hier ist. Er kam, er gab mir die Zeugnisse. Ich sagte, das ist in Ordnung, wenn du sie mir gibst, dann werde ich sie nicht abweisen. Aber ich habe meine Abmachung eingehalten. Ich würde nie kommen und nach meinen Zeugnissen fragen. Und früher oder später werde ich sie eh verbrennen. Er sagte, was? Ich sagte, was soll ich mit ihnen anfangen? Sie mein Leben lang mit mir rumtragen? Und nach neun Jahren, als ich erledete, das Erste, was ich tat, war, alle Zeugnisse zu verbrennen. Mein Vater war dort. Er sagte, selbst wenn du gekündigt hast, es gibt doch keinen Grund, diese Zeugnisse zu verbrennen. Sie können hier bleiben. Wo ist das Problem? Gib sie mir, ich behalte sie. Ich sagte, nein, das bedeutet, dass du noch immer hoffst, dass habe, will ich sie zerstören, so dass ich nicht zurückgehen kann und mir niemand folgen kann. Ich werde dir diese Zeugnisse nicht geben. Ich habe sie vor ihm verbrannt. Und er sagte, du bist merkwürdig, ich halte dich nicht vom zurücktreten ab. Ich sagte, wenn ich einmal zurückgetreten bin, dann werde ich nie wieder in meinem Leben diese Zeugnisse brauchen, all diese Zertifikate, also warum sie mit mir rumtragen. Regeln, welcher Art auch immer, bin ich nie gefolgt. So ist es für mich sehr natürlich zu vergessen. Ja, ich vergaß euch zu sagen, dass es einer meiner Bitten an euch ist, gefährlich zu leben. Was bedeutet das genau? Es bedeutet einfach, dass es im Leben immer Alternativen gibt. Du bist immer in einer Kreuzung, immer und immer. Jeder Moment ist eine Kreuzung. Und du musst dich entscheiden, wo du lang gehst. Was wird dein Pfad sein? Du musst das jeden Moment entscheiden. jeder Moment ist entscheidend, weil du lehnst viele Wege ab und wählst ein. Wenn du jetzt das Komfortable, das Gemütliche, das Bequeme, das Angenehme wählst, dann wirst du nie die Fähigkeit haben, intensiv zu leben. Das Komfortable, das Angenehme, das Konventionelle, welches die Gesellschaft anwendet, bedeutet, dass du bereit bist, ein psychologischer Sklave zu werden. Das ist der Grund, warum all diese Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten die Gesellschaft wird euch alles geben, wenn du dafür deine Freiheit aufgibst. Sie wird euch Achbarkeit geben, Ehrbarkeit. Sie wird euch gute Posten in der Hierarchie anbieten, in der Bürokratie. Aber eine Sache musst du fallen lassen, deine Freiheit, deine Individualität. Du musst zu einer Nummer in der Menschenmasse werden. Die Menschenmasse hasst Personen, welche nicht Teil davon sind. Die Menschenmasse wird sehr angespannt, wenn sie unter ihnen einen merkwürdigen, einen Fremden entdeckt. Weil dieser Fremde wird ein Fragezeichen. Du hast ein gewisses Leben gelebt, einen gewissen Lifestyle, einen gewissen Stil, eine gewisse Religion und eine gewisse Politik. Du bist dem Weg der Masse gefolgt. Und es war sehr bequem, faul, weil all die Leute um dich herum waren genauso wie du. Was du getan hast, haben sie auch getan. Alle haben sie dasselbe getan. Es erzeugte das Gefühl, dass du die richtige Sache tust. So viele Menschen können nicht falsch liegen. Und als Dank, dass du ihnen folgst, geben sie dir Ehrbarkeit, Achtbarkeit, Respekt. Das erfüllt dein Ego. Das Leben ist annehmlich. Das Leben ist bequem. Aber es ist flach. Du lebst horizontal. Es ist eine sehr dünne Scheibe des Lebens. Wie eine sehr dünn geschnittene Scheibe Brot. Auf eine lineare Art lebst du. Gefährlich zu leben bedeutet vertikal zu leben. Dann hat jeder Moment eine Tiefe und eine Höhe. Es berührt den höchsten Stern und die tiefsten Abgründe. Es kennt das horizontale Leben nicht. Es weiß nichts darüber. Aber dann bist du ein Fremder in dieser Menschenmasse. Dann verhältst du dich anders wie alle anderen. Das erzeugt in den Leuten ein Unwohlsein. Aus dem einfachen Grund, weil sie genießen ihr eigenes Leben nicht. Sie haben nicht ihr Leben gelebt. Sie haben nicht die Verantwortung übernommen, um es zu leben. Sie haben nichts für dieses Leben je riskiert. Aber weil alle anderen auch so waren wie sie, stieg diese Frage nie auf. Aber da kommt dieser Fremde, der anders lebt. Er verhält sich auf andere Art und plötzlich erregt es etwas in ihn. Er unterdrückt das Leben, welches wie eine Art Frühling ist, mit Zwang unterdrückt. Es fängt plötzlich an sich zu regen. Es beginnt Fragen aufzuwerfen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Und dieser Mann scheint ein anderes Leuchten in seinen Augen zu haben. Einen anderen Genuss um ihn herum. Er läuft, sitzt, steht und bewegt sich nicht wie alle anderen. Etwas Einzigartiges ist in ihm. Aber das Beeindruckendste an ihm ist, er scheint völlig in allem enthalten zu sein. Entzückt, als ob er angekommen ist. Alle sind am Umherstreifen und er ist angekommen. Jetzt dieser Mann ist für die Menschenmasse eine Gefahr. Die Menschenmasse wird ihn töten. Es ist kein Zufall, dass Leute wie Sokrates vergiftet wurden. Was hat der Mann für Ärger gemacht? Er war so ein einzigartiges Genie, dass wenn Griechenland auch nur einen Sokrates hervorbrachte, dann ist das genug um Geschichte zu schreiben. Genug um nie vergessen zu werden. Genug um sich ewig daran zu erinnern. Aber die Menschenmasse konnte diesen Menschen nicht tolerieren. Er war ein sehr einfacher Mann. Absolut harmlos. Sie haben ihn vergiftet und getötet. Was war sein Verbrechen? Sein Verbrechen war er war ein Individuum. Er lief seinen eigenen Pfad, nicht auf der Super Autobahn, wo sich jeder bewegt. Er ging durch sein eigenes Labyrinth und bald bekam die Gesellschaft Angst, weil auch andere wenige begannen sich außerhalb der Autobahn zu bewegen und ihre eigenen Wege zu gehen. Sokrates sagte, dass du nicht auf einem Pfad schreiten kannst, der von anderen gemacht wurde. Du musst gehen und deinen eigenen Weg durch das Laufen erschaffen. Es ist nicht so, dass es für dich vor gefertigte Straßen gibt. Auf denen du einfach nur laufen musst. Nein, du erschaffst deinen eigenen Weg durch das Laufen und indem du läufst, erschaffst du deine eigene Straße und erinnert euch, sie ist nur für dich, nicht für jemanden sonst. In etwa wie die Vögel am Himmel, die fliegen und keine Spuren hinterlassen, denen andere Vögel folgen müssten. Der Himmel bleibt wieder leer. Jeder Vogel kann dort fliegen, aber er wird seinen eigenen Weg fliegen müssen. Das war die Gefahr. Sokrates war eine richtige Gefahr. Jesus war keine wirkliche Gefahr. Und man muss diesen Unterschied verstehen, weil Jesus wurde auch gekreuzigt. Aber worum bat Jesus? Er wollte von der Menschenmasse akzeptiert werden. Er war nicht wirklich ein Rebell. Er wollte Anerkennung, Ehrbarkeit. Darum bat er, ich bin euer erwarteter Messias. Er bat die Menschenmasse, ihn heilig zu sprechen, Ehrbarkeit zu erweisen. Und er versuchte mit allen Möglichkeiten die Forderungen der Masse zu erfüllen. Selbst die Kreuzigung über sich ergehen zu lassen war nur um die Forderungen der Menschenmasse zu erfüllen. Aber das ist eine andere Geschichte. Leute haben immer gedacht, dass Sokrates und Jesus zu derselben Kategorie des Menschen gehören. Nein, sie sind genau das Gegenteil. Sokrates bittet nicht darum, akzeptiert zu werden. Sokrates sagt, bitte lasst mich allein. Genauso wie ich euch in Ruhe lasse, lasst mich in Ruhe. Bitte gewährt mir meine Freiheit. Ich dringe nicht in euer Leben ein. Ich überschreite nicht diese Grenze. Ihr solltet nicht in mein Leben eindringen. Das scheint absolut ehrlich zu sein. Er frägt nicht nach Akzeptanz. Er sagt nicht, was auch immer ich sage, ist wahr und ihr müsst es akzeptieren. Nein, er sagt, was auch immer ich sage, es ist meine Art, es zu sagen und du hast deine Art, es zu sagen. die Richter fühlten sich etwas schuldig, als sie sich dazu entschlossen, dieser Mensch müsse getötet werden. Er war das beste Erblühen des griechischen Genies. So boten sie ihm einige Alternativen an. Sie sagten, du hast die Wahl, einmal kannst du Athen verlassen. In diesen Tagen war Griechenland aus demokratischen Städten zusammengesetzt. Und das ist wirklich ein viel demokratischerer Weg. Je kleiner die Einheit, je demokratischer kann es sein, weil es ist dann eine direkte Demokratie. Für gewöhnlich versammelten sich die Leute von Athen. Sie hoben ihre Hände für oder gegen und entschieden so die Dinge. Jetzt in einem Land wie Amerika, wo die Demokratie so indirekt geworden ist. Und die Person, die du wählst, wenn du ihn einmal für einige Jahre gewählt hast, dann weißt du nicht, was er wirklich tun wird. In diesen wenigen Jahren kannst du ihn nicht kontrollieren. Er mag dir etwas versprochen haben und er macht genau das Gegenteil. Das ist exakt, was im Moment vor sich geht. Aber in Athen war es eine direkte Demokratie. Bei jeder wichtigen Frage würden die Leute von Athen sich zusammentreffen und dafür oder dagegen abstimmen. So wurde die Macht nicht für fünf Jahre delegiert. Die Macht war immer in den Händen der Leute. So sagten die Richter, es ist sehr einfach, verlasse Athen. Du kannst dich in einer anderen Stadt niederlassen. Und wo auch immer du sein wirst, wirst du Schüler finden, Freunde. Da gibt es keine Zweifel. Sokrates sagte, es geht nicht ums Überleben. Was ihr sagt, ist sicherlich sehr bequem und jeder Geschäftsmann hätte sich dafür entschieden. Es ist einfach. Warum sich unnötig töten lassen? Beweg dich einfach in eine andere Stadt. Aber Sokrates sagte, ich werde nicht aus Athen gehen. Ich werde Athen nicht verlassen, weil es ist eine Frage der Entscheidung zwischen Bequemlichkeit oder dem Leben. Und ich wähle das Leben, selbst wenn es mir den Tod bringt. Aber ich werde nicht die Annehmlichkeit wählen. Das ist feige. Sie baten ihm eine andere Alternative an. Sie sagten, dann kannst du dies tun. Bleib in Athen, aber hör auf deine Lehre zu verbreiten. Er sagte, das ist noch schwieriger. Ihr bittet den Vogel darum, am Morgen nicht zu singen, dass Bäume nicht blühen sollen, wenn die Zeit dazu gekommen ist. Ihr wollt von mir, dass ich nicht die Wahrheit sage. und das ist mein einziger Genuss, meine Wahrheit zu teilen mit all jenen, welche in der Dunkelheit wandern. Ich werde hier bleiben und ich werde weiterhin die Wahrheit lernen. Die Richter sagten, dann sind wir hilflos, weil die Masse, die Mehrheit davon möchte, dass du vergiftet und getötet wirst. Er sagte, das ist absolut okay. ihr könnt mich töten, aber ihr könnt nicht meinen Geist töten. Er sagt Spirit, Esprit, aber erinnert euch, mit Geist, mit Spirit meint er nicht die Seele. Mit Spirit meint er seinen Mut, seine Hingabe zur Wahrheit, seine Art zu leben. Das kannst du nicht ändern. Du kannst mich töten, und was den Tod betrifft, mache ich mir keinerlei Sorgen. Es gibt nur zwei Alternativen. Entweder werde ich einfach nur sterben, dann gibt es kein Problem. Wenn ich nicht bin, was könnte ich dann für Probleme haben? Also dann sterbe ich lieber einfach. Dann gibt es kein Problem oder ich sterbe nicht und meine Seele wird weiter leben. Dann habe ich wenigstens die Befriedigung, dass ich kein Feigling bin, dass ich nicht an meiner Wahrheit festgehalten habe. Ihr könnt mich töten, aber ihr könnt mich nicht verbiegen. Er starb genussvoll. Die Todesszene von Sokrates ist etwas Schönes in der ganzen Geschichte der Menschheit. In Griechenland war es kein Kreuz. Es war Gift, das man dir verabreichte. So wurde außerhalb von einem Mann das Gift vorbereitet. Es war der offizielle Vergifter, welcher das Gift den Leuten verabreichen würde, welche zum Tode verurteilt waren. Um 6 Uhr abends war die Zeit. Die Sonne ging unter und Sokrates fragte wieder und wieder Wo ist das Problem? Frag diesen Mann, es wird spät. Und der Vergifter versuchte wirklich es so spät wie möglich zu machen. Er hatte diesen Mann geliebt und er wollte, dass er noch etwas länger lebt. Das konnte er ermöglichen. Er konnte das Gift sehr langsam zubereiten. Aber die Schüler kamen wieder und wieder und sie sagten Der Meister fragt, warum du so lange brauchst. Mit Tränen in seine Augen sagte er Er ist wirklich ein gefährlicher Mann. Ich versuche ihm noch etwas Zeit zum Leben zu geben, aber er hat es eilig. Der Vergifter fragte Sokrates Warum hast du es eilig? Er sagte Ich habe es eilig, weil ich habe das Leben enorm total gelebt. Ich kenne es. Der Tod ist unbekannt. Es ist ein großartiges Abenteuer. Ich würde den Tod gerne kennenlernen. Jetzt solch einen Menschen kannst du nicht töten. Du kannst sie nicht umbringen. Es gibt Menschen vom Tod kosten möchte. Der den Tod kennen möchte. Der springen will in die Herausforderung und das Abenteuer des Unbekannten. Solch einen Menschen kannst du nicht töten. Gefährlich zu leben bedeutet, wenn auch immer es Alternativen gibt, nimm dich in Acht. Beware. Wähle nicht das Angenehme, das Annehmliche, das Komfortable, das Respektable, das was die Gesellschaft respektiert und akzeptiert, das Ehrbare. Wähle immer das, was in deinem Herzen die Glocken läuten lässt. Wähle etwas, das du gerne tun würdest, ungeachtet aller Konsequenzen. Der Feigling denkt an die Konsequenzen. Wenn ich das tue, was wird geschehen? Was wird dabei herauskommen? Er macht sich um das Ergebnis viel mehr Sorgen. Der wahre Mensch denkt nie über Konsequenzen nach. Er denkt nur an den Akt, die Handlung in diesem Moment. Er fühlt, das ist es, was mich anzieht. Das werde ich tun. Was auch immer dann geschieht, ist willkommen. Er wird es nie bereuen. Ein wahrer Mensch bedauert und bereut nicht, weil er hat nie etwas gegen sich selbst getan. Er hat nie gegen sich selbst gehandelt. Der Feigling stirbt bereits tausende Male vor dem Tod. Und fortwährend bedauert und bereut er. Es wäre besser, wenn ich dies getan hätte, diesen Mann geheiratet hätte, diese Frau diesen Beruf gewählt hätte, auf diese Schule gegangen wäre. Dort existieren immer tausende von Alternativen. Sie sind immer da. Und du kannst sie nicht alle tun. Die Gesellschaft lehrt dich, wähle das Bequeme, das Annehmliche, das Komfortable. Wähle den frequentierten Trampelpfad, auf dem deine Vorväter und ihre Vorväter und ihre Vorväter seit Adam und Eva gewandert sind. Wähle den gut begangenen Pfad, den oft begangenen Pfad. Das ist ein Beweis. So viele Millionen von Leuten sind auf diesem Pfad gewandert, du kannst nicht falsch liegen. Aber erinnert euch an eine Sache, die Menschenmasse hat nie die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit widerfährt nur Individuen. Der festgetrampelte Pfad ist nicht getrampelt worden durch Sokrates oder Menschen wie Sokrates. Er wurde festgetrampelt durch die Masse, die Mittelmäßigen, die Leute, die nicht den Mut haben, in das Unbekannte zu gehen. Sie gehen nie von der Autobahn oder der Hochstraße. Sie halten alle aneinander fest, weil das gibt ihnen eine gewisse Genugtuung, Befriedigung. So viele Leute sind mit uns. Es spendet dir Trost. Das ist der Grund, warum die Religionen fortwährend versuchen, mehr und mehr Leute zu konvertieren. Der Grund ist nicht, dass sie sich für diese Menschen interessieren und ihr Leben und ihre Transformation. Nein, sie selbst sind nicht transformiert. Aber wenn du mehr Christen und mehr Hindus hast, natürlich scheint es, dass du dann bessere Chancen hast, die Wahrheit auf deiner Seite zu haben, als die anderen. Wenn es mehr Buddhisten als Christen gibt, dann kann es natürlich leichter glauben, dass sie die Wahrheit haben. Das ist der Grund, warum so viele Menschen dem angehören. Aber ich möchte, dass ihr euch erinnert, die Wahrheit geschah immer den Individuen. Es ist nicht ein Gemeinschaftsphänomen. Es geschieht nicht in einer Menschenmasse. Es geschieht immer einem Individuum. Es ist so wie die Liebe. Habt ihr je eine Menschenmasse in Liebe gesehen? Das ist unmöglich, dass sich eine Menschenmasse in eine andere Menschenmasse verliebt. Zumindest bis heute ist das nicht geschehen. Es ist ein individuelles Phänomen. Ein Mensch verliebt sich in einen anderen Menschen. Aber in der Liebe gibt es mindestens zwei Personen. Bei der Wahrheit gibt es nicht mal zwei. Nur du allein in deiner absoluten Alleinheit erfährst es. Nehmt euch also vor den Menschenmassen in Acht. Nehmt euch von den häufig benutzten Trampelpfaden in Acht. Nehmt euch von den Millionen Christen und Buddhisten und Mohammedaner und Hindus und Juden in Acht. Achtet auf all diese Leute und wenn ihr dann jemanden aufsuchen müsst, finden müsst, dann findet jemanden, der nicht Teil von einer Masse ist. Dann findet einen Sokrates, der nicht irgendeiner Menschenmasse angehört. Das ist der Grund, warum Jesus und Sokrates so verschieden sind, so völlig verschieden sind. Jesus versucht zu der Masse zu gehören. Die Menschenmasse weist ihn zurück. Aber das ist ein anderer Punkt. Die Menschenmasse ist nicht willens ihn zu akzeptieren, aber er versucht alles, was möglich ist. Er hat nie an ein Christentum gedacht. Er war ein Jude, geboren als Jude, er lebte als ein Jude und er starb als Jude. Er betete zum jüdischen Gott. Noch immer versuchte er die Juden zu überzeugen. Ich bin euer erwarteter Messias. Er ist kein Rebell. Die Wahrheit kommt nur zu den rebellischen Menschen, den Rebellen. Und ein Rebell zu sein bedeutet gewiss, gefährlich zu leben. Jeden Moment wird man dich von allen Seiten angehen. Auf jede nur mögliche Art. Du lebst mit einem Mann, den du nicht liebst. Aber du hältst weiter daran fest aus reinem Komfort. Da ist wenigstens jemand, an dem du dich festhalten kannst. Die Vorstellung sich von dieser Person zu trennen, dort ist Dunkelheit, Einsamkeit. Was wirst wirst du dann tun? Wie wirst du dann überleben? Du magst nicht lieben. Er mag vielleicht nicht lieben. Aber wenigstens ist jemand da. Du wählst das Annehmliche, das Komfortable. Und du hast einen Beruf und du hast ihn. Einer von meinen Onkeln ist ein Dichter. Er wäre einer der größten Dichter in Indien geworden, wenn er auf mich gehört hätte. Aber ich war noch so jung und er hatte die Universität abgeschlossen. Ich versuchte mein Bestes. Ich sagte, du hörst wahrscheinlich nicht auf mich. Das ist deine Entscheidung. Aber ich werde es dir trotzdem sagen. Er sagte, aber warum nervst du mich damit? Ich sagte, es wird dein ganzes Leben entscheiden. Du bist ein Dichter. Ich verstehe nicht viel von Dichtung und Poesie. Aber was auch immer ich in deinen Notizbüchern gesehen habe, gibt mir die Gewissheit, dass wenn du das Bequeme und das Annehmliche wählst, das ist die Profession meiner Familie. Punkt 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 Mein Großvater sagte ihm, jetzt hast du deinen Abschluss. Hör auf damit und such dir einen richtigen Job. Beginne ein richtiges Geschäft. Ich sagte ihm, hör nicht auf ihn. Er wird deine ganze Zukunft zerstören. Er sagte, du bist ein merkwürdiger Junge. Du empfiehlst mir, dass ich nicht auf meinen eigenen Vater hören sollte und auf dich hören soll. Ich Das Geschäft war bereits dort. Ich habe meine Erbschaft bekommen. Das Geschäft war beschlossen. Ich hätte nicht viel tun müssen. Und als er einmal mit dem Geschäft begann, da suchte sein Großvater sofort nach einer Frau für ihn. Ich sagte zu ihm, schau, du wirst nach und nach eingefangen. Er sagte zu mir, bist du mein Freund oder mein Feind? Mein Vater kümmert sich um eine Frau. Und du sagst mir, dass er ein Gefängnis für mich errichtet? Ich sagte, es ist deine Entscheidung. Du solltest dir deine eigene Frau aussuchen. Warum sollte dein Vater nach einer Frau schauen? Merkwürdig. Sein Vater hat für ihn Ausschau gehalten. Und er hat es vermasselt. Und jetzt schaut er für dich nach einer Frau. Auch das wird nichts werden. Wie kann er eine Ehefrau für dich finden? Aber mein Großvater war ein starker Mann. Es war nicht möglich für meinen Onkel irgendetwas zu ihm zu sagen. Wenn er entschied, dann war es beschlossen. Und eines Tages beschloss er diese Ehe. Die Ehe geschah. Ich ging zu seiner Hochzeit. Und ich ärgerte ihn die ganze Zeit. Du hast jetzt ein Lebensgefängnis. You are going to a life imprisonment. Du bist jetzt lebensinhaftiert. Als wir nach Puna kamen, sagte er zu mir. Du hattest recht. Es war eine Lebensinhaftierung. Und sie wurde immer größer und größer. Zuerst das Geschäft, dann die Ehefrau, dann die Kinder. Jetzt die Bildung der Kinder. Jetzt die Ehe der Kinder. Und jetzt ist er 65. Und er hat keine Zeit mehr für die Dichtung. Seine Poesie. Und als er im Puna war, er war nur für zwei, drei Wochen dort, da begann er wieder Poesie zu schreiben. Da begann er wieder zu dichten. Und er sagte mir. Seit Jahren hatte ich das völlig vergessen. Ich hatte keine Zeit dazu. Aber wenn ich dich so anschaue, mich daran erinnere, was du mir gesagt hast, dann erkenne ich, dass du recht hattest. Ich würde gerne hierher kommen für einige Monate und meine Träume und meine Visionen zurückholen, welche in mir alle verschwunden sind. Erst vor zwei, drei Tagen brachte mir Sheila diesen Brief. Jetzt bist du für mich zu weit weg und es ist nicht möglich für mich, dass ich dich besuche. Und ich hoffte, ich könnte nach Puna kommen. Was erhoffte er sich, was dort in Puna geschehen würde? Und was denkt ihr jetzt, seit ich ihm den Rat gegeben habe? Wie viel Wasser ist den Ganges hinunter geflossen? Wird er noch diese Poesie wiederbeleben können? Ich denke nicht. Weil er hatte mir einige Dinge gezeigt, die er schrieb, als er im Puna war. Sie waren nicht von derselben Qualität, an die ich mich erinnern konnte, als er noch jung war. Er hat jetzt so viel Müll angesammelt. Er ist nicht länger jung, müde, gelangweilt. Er bereut fortwährend. In den wenigen Tagen, als er hier war, er hat jeden Tag etwas bereut. Alas, ich habe dir nicht zugehört. Aber niemand hätte einem Kind zugehört. Um was ich ihm riet war, gegen den Vater zu rebellieren. Seinen Vater. Einen Beruf kann man sich auswählen, der einem bequem ist. Freunde kannst du dir auswählen, welche dir passen. Ich habe komische Leute gesehen. Ich hatte einen Freund. Ich hatte selten Freunde. Und die, wo ich hatte, waren eigentlich nicht wirklich Freunde. Also ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass ich irgendwelche Freunde hatte. Es ist nur ein Wort. Aber er dachte, er war ein Freund von mir. Er dachte, ich sei sein Freund. Er war Professor der Chemie. In der ganzen Universität hatte nur ich und er ein Auto. Zuerst hatte nur er ein Auto. Er war der Sohn eines reichen Mannes. So war es für ihn kein Problem. Ich hatte keine Möglichkeit, ein Auto zu besitzen. Für gewöhnlich ging ich vier Meilen, um die Universität zu erreichen. Und zurück auch wieder vier Meilen. Das waren etwa zwei Stunden jeden Tag. Aber ich genoss es. Es war eine schöne Übung. Aber einer meiner Liebhaber, er konnte nicht diese Übung tolerieren. Er präsentierte mir ein Auto. An dem Tag, als ich mit dem Auto an das College kam, da kam dieser Chemie-Professor angerannt. Dieser Chemie-Professor, welcher sich noch nie bei mir vorgestellt hatte. Er kam plötzlich angerannt. Er sagte mir seinen Namen und sagte, ich wäre gerne dein Freund. Ich sagte, merkwürdig, so plötzlich, ich bin hier seit zwei Jahren. Unsere Wege kreuzen sich fast jeden Tag. Zwei, drei Male. Du hast noch nicht einmal Hallo gesagt. Natürlich habe ich selbst nie Hallo gesagt, weil ich dringe nicht in das Leben eines anderen Menschen ein. Wer weiß, was du gerade am Denken bist. Und vielleicht werfe ich jetzt gerade einen Stein auf deinen Traum und störe dich oder irgendetwas geschieht. Ich mische mich nie ein. Ich dringe nie in das Leben anderer ein. Es sei denn, jemand lädt mich ein. Aber dann ist es nicht meine Verantwortung. Was ist so plötzlich geschehen? Fragte ich ihn. Er sagte, komm mit in die Ecke und ich werde es dir erzählen. Er zog mich in diese Ecke und er sagte, ich habe für mich festgelegt, dass ich nur noch freundlich zu Menschen bin, die Autos besitzen. Ich sagte, warum? Er sagte, wenn du dich mit Menschen anfreundest, die keine Autos haben, dann fragen sie. Sie brauchen dein Auto. Jeden Tag fragen sie, ob du sie mitnehmen kannst. Und du musst auch noch das Benzin zahlen. Und sie werden das Auto auch beschädigen. Sie tun dies, sie tun das. Und du musst dann danach schauen. So habe ich mich entschieden, ich werde nur noch mit Menschen befreundet sein, die Autos haben. Ich sagte, das ist eine großartige Idee. Aber du bitte vergib mir. Wenn ich mir deine Idee so anhöre, dann habe ich entschieden, ich werde keine Freundschaften mit irgendjemandem eingehen, der ein Auto hat. Er sagte, aber warum? Ich sagte, wegen deiner Idee. Vielleicht haben die anderen auch solche Ideen. Der Verstand, der Mind der Leute funktioniert genau auf diese Art. Die Leute werden sich mit dir anfreunden, wenn du in derselben Gesellschaft aufgezogen wurdest. Wenn du denselben Lebensstandard hast. Wenn du dieselbe Synagoge gehst, dieselbe Kirche, wenn sie Rotarier sind oder Mitglieder des Lions Club. sie sind Leute des selben Lebensstandards. Es ist bequem, wenn du dich mit einem armen Mann anfreundest. Das ist unbequem. Eines Tages wird er zu dir kommen und dich um einige Rupees bitten, weil es seiner Frau schlecht geht. Jetzt, ein Rotarier wird nicht so auf dich zukommen. Es ist gut, eine Freundschaft mit einem Rotarier zu haben. Für dich ist es angenehm, für ihn ist es angenehm, es gibt keine Probleme. Du hast dein Haus, du hast dein Auto, er hat sein Haus und sein Auto. Du hast Diener und er hat Diener. So gibt es keine Probleme. Aber nur eine Stufe darunter wirst du in Schwierigkeiten kommen. Weil die Person könnte dich fragen, es muss so sein, dass sie frägt, irgendwann wird er in Schwierigkeiten sein. Und wen kann er dann um Hilfe bitten? Du bist ein Freund. Das ist der Grund, warum die Leute sich nie mit Dienern anfreunden. Über Jahre hinweg ist der Diener in ihrem Haus, aber keine Freundschaft. Sie bleiben fast unberührt, unangepasst. Gefährlich zu leben bedeutet, erlaube nicht solche dummen Bedingungen zwischen dir und dem Leben. Der Komfort, die Annehmlichkeit, die Ehrbarkeit, der Respekt vor dir. Lass all diese Dinge fallen und erlaube dem Leben, dass es mit dir geschieht. Lass all diese Dinge fallen und gewähre dem Leben, dir zu geschehen. und geh mit ihm und kümmere dich nicht darum, ob es eine Autobahn ist oder nicht. Kümmere dich nicht darum, wo es enden wird. Nur sehr wenige Menschen leben wirklich. 99% der Leute begehen langsam Selbstmord. Und an das Letzte, dass ihr euch erinnern solltet, weil das ist so absolut essentiell, man sollte mir nicht verzeihen, wenn ich das vergesse. Lebt achtsam, live watchfully, lebt beobachtungsvoll. Was auch immer du tust, laufen, sitzen, essen, oder auch wenn du gar nichts tust, einfach nur atmest, dich entspannst, ausruhst, du relaxst im Gras, vergiss nie, dass du ein Beobachter bist. Du wirst es wieder und wieder vergessen. Du wirst dich in irgendeinem Gedanken verlieren, irgendein Gefühl, irgendeine Emotion, etwas Sentimentalem. Irgendetwas wird dich von diesem Beobachter ablenken. Erinnere dich und komm sofort zurück zum Zentrum der Beobachtung. Mach daraus einen fortwährenden inneren Prozess. Es wird dich überraschen, wie sich deine ganze Lebensqualität verändert. Ich kann diese Hand bewegen, ohne irgendeine Watchfulness, Beobachtungsvollheit. Aber ich kann diese Hand auch absolut beachten, von innen, die ganze Bewegung, während ich sie bewege. Die Bewegungen sind völlig unterschiedlich. Die erste Bewegung ist eine mechanische Roboterbewegung. Die zweite Bewegung ist eine bewusste Bewegung. Und wenn du bewusst bist, dann fühlst du die Hand von innen. Und wenn du nicht bewusst bist, dann kennst du die Hand nur von außen. Du kennst dein Gesicht nur aus dem Spiegel. Von außen. Weil du bist nicht der Beobachter. Wenn du anfängst zu beobachten, dann wirst du in dir dein Gesicht sehen. Und das ist so eine Erfahrung, dich selbst von innen zu sehen. Dann wird langsam, langsam etwas Merkwürdiges geschehen. Gedanken verschwinden, Gefühle verschwinden, Emotionen verschwinden. Und es umgibt dich eine Ruhe, eine Stille. Du bist wie eine Insel in der Mitte des Ozeans der Stille. Nur ein Beobachter. Als ob eine Flamme des Lichts im Zentrum deines Wesens, deines Seins ist, die alles von deinem Sein umfasst und erleuchtet. Am Anfang wird es nur eine innere Erfahrung sein. Langsam wird es sich aus deinem Körper ausdehnen. Diese Strahlen werden andere Menschen erreichen. Und es wird dich sehr überraschen und schockieren, dass andere Leute, wenn sie auch nur etwas empfindsam und sensibel sind, dann werden sie sich sofort gewahr, dass sie irgendetwas berührt hat, wenn du da bist. Etwas, das nicht sichtbar ist. Als Beispiel, wenn du dich selbst beobachtest. Du läufst einfach hinter jemandem her. Beobachtest dich selbst. Und es ist beinahe gewiss, dass die Person sich umdrehen und zurückschauen wird, plötzlich ohne jeglichen Grund. Und wenn du dich selbst beobachtest, dann beginnt deine Beobachtungsvollheit, sich auszubreiten. Und es muss die andere Person berühren, die vor dir oder um dich herum ist. Und wenn die Person von etwas Unsichtbarem berührt wurde, dann wird er zurückschauen. Was ist hier los? Und du bist so weit weg, du kannst sie nicht einmal mit den Händen berühren. Du kannst dieses Experiment versuchen. Jemand schläft und du setzt dich an die Seite und beobachte einfach dich selbst. Und die Person wird sofort aufwachen, ihre Augen öffnen, sich umschauen, als ob irgendjemand sie berührt hätte. Langsam wirst auch du die Fähigkeit bekommen, die Berührung durch die Strahlen zu fühlen. Ich nenne es Vibe, Schwingung. Es ist nicht eine nicht existenzielle Sache. Die andere Person fühlt es. Auch du wirst fühlen, dass du die andere Person berührt hast. Das englische Wort Being touched, Berührt sein, es wird sehr bedeutungsvoll genutzt. Du nutzt es vielleicht, ohne zu verstehen, was es bedeutet, wenn du sagst, I was touched, ich war berührt, durch eine Person. Vielleicht hat diese Person überhaupt gar kein Wort zu dir gesagt. Vielleicht ist der Mensch nur an dir vorbeigegangen. Vielleicht hat die Person dir nur in die Augen geschaut und du hast dich von der Person berührt, touched, gefühlt. Es ist nicht nur ein Wort. Es geschieht wirklich. Und dann verteilen sich diese Strahlen über die Menschen, über die Tiere, bis zu den Bäumen und den Felsen und eines Tages erkennst du, dass du das ganze Universum von innen berührt hast. Deine Alleinheit, your aloneness, dein Alleinsein, bleibt absolut, wie es ist. Es wird größer, weit. Das ist die Erfahrung, welche ich die Erfahrung der Göttlichkeit nenne. und der Göttlichkeit nenne. Das ist die Erfahrung, was ich nicht nur an der Göttlichkeit nenne. Das ist die Erfahrung, was ich nicht nur an der Göttlichkeit nenne. und der Göttlichkeit nenne. Vielen Dank.